Frenkel frottelt. Heute. Let's play. U-Bahn-Simulator. Ausstieg rechts. So, immer noch zu kurz. Aber lieber zu kurz als zu weit, gell? Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, dann gucken wir wieder auf die Abfahrt. Die ist in Ordnung. Zurückbleiben bitte. Mann ey, ich fühle mich wie ein U-Bahn-Fahrer, ein richtiger. So, dann sagen wir natürlich wie immer, die nächste Station an. Achtung. Und weil's... Ja, und weil's so schön ist, nochmal meine Lieblingstaste, meine Lieblingsdurchsage. Miete keine besörderen Vorkommnisse. Abendverstanden, Rhein 4 und Fahrplan ein. Torsage hinter. Ah, ha, ha, ha. Immer wieder lustig. Immer wieder aufbauend. Immer wieder geil. So. Ausstieg links. Und wieder zu kurz. Ach, drauf geschissen, oder? Da ist wieder ne Menge los, hier. Zurückbleiben bitte. So, 7.43. Die ist Abfahrt. Komm. 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 Ja, also wenn das hier alles ist, dann ist es irgendwie nicht so lang zeitmotivierend, würde ich mal sagen. Kann ich vielleicht neue Züge freischalten. Mückernbrücke. Ja. Das ist jetzt die entscheidende letzte Station. Und da wird sich's zeigen, ob ich meinen Auftrag erfüllt habe, hoffe ich. Oder ob ich einfach abbreche, weil ich keinen Bock mehr habe auf die Scheiße. Und hier darf ich nicht zu spät stoppen. Das wäre ungesund. Jetzt halt an, du Affenkopf. Ja, komm, bleib stehen. Da ist die scheiß Ampel. Ja. Perfekt. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ja. Und jetzt? Jetzt hab ich's geschafft, ne? Jetzt krieg ich einen Preis. Jetzt krieg ich einen Preis, oder? Oder? Sag mal, soll ich jetzt nochmal zurückfahren, oder was? Die ganze Strecke nochmal, oder wie? Ey, Leute, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich mal echt am Arsch lecken. Ne, Freunde, das mach ich nicht. Das mach ich nicht. Das ist mir zu langweilig. Ich werde jetzt mal die nächste Aufgabe starten. Mal gucken, was wir da noch haben. Ne? So, dann gucken wir mal. Fahrt starten. Nein, fortsetzen möchte ich nicht. Ich möchte eine neue Aufgabe. Und zwar Notarzteinsatz. An einem ganz normalen Arbeitstag wie diesem kann viel passieren. Was tun, wenn sich ganz plötzlich ein Zwischenfall ereignet? Ganz wichtig. Einen kühlen Kopf bewahren. Per Funk Leitstelle unterrichten. TAS TV. Ha, das ist meine Lieblingstaste. Ihr wisst schon, diese Ostblock-Sprachausgabe. Die gefällt mir. Hilfe anfordern. Anweisungen befolgen. So. Nach Erledigung Meldung anstatten. Wieder TAS TV. Mann, ich darf meine Lieblingstaste zweimal drücken. Fahrplan aufholen, um nicht den gesamten Nachkommen in den Verkehr lahmzulegen. Okay, dann machen wir das doch mal. Mal schauen, was da auf mich zukommt. So, ich bin mitten in der Pampa. Was muss ich jetzt machen? Jetzt einfach schon mal funken oder was? Hilfe, Hilfe, SOS. Moment. Melde keine besonderen Vorkommnisse. Haben verstanden. Halt die Ihren Fahrplan ein. Dort lag er hinter. Ja, wie? Dann ist ja gar nichts passiert. Na toll. Verstehe ich nicht. Soll ich jetzt dann einfach losfahren oder was? Ach, Mann. Werfen wir einfach mal unser Gerät erst mal an hier. Die üblichen Tastendrückereien hier. So, dann, äh. Was muss ich jetzt da eingeben zum Beispiel? Moment, Time. Start R. Station Kehr. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt, was die jetzt von mir wollen hier. Wenn ich nicht irgendwie, äh. Fahr ich halt mal einfach. Rathaus Spandau, ne? Darauf gepfiffen, was die genau von mir wollen. So. So weit haben wir alles. Der Druck ist auch da. Hab ich irgendwie Türen offen oder sowas? Nö. Ja, dann. Komm. Dann, äh, auch gleich vielleicht noch die nächste Station ansagen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, Leute. Also, keine Ahnung. Rudeau. Rudeau. Toll. Und hier steht Ziel, Rathaus Spandau. Und ich bin jetzt auf dem Weg nach Rudeau. So, wir haben einfach mal erklärt, was das für eine Scheiße soll hier. Ausstieg links. So, ich hab aber jetzt immer noch keinen Notfall oder sowas, ne? Also. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Gut, es steigen zumindest Leute ein. Ja, dann fahren wir halt einfach mal ein bisschen blöd vor uns her. Wird schon irgendwas passieren dann? Vielleicht. So, alle eingestiegen? Ja. Zurückbleiben bitte. Oh, da kommt ein Zug entgegen. Ich werd wahnsinnig. Das muss ich ausnutzen. Sorry, Leute. Das muss jetzt... Ah, shit. Moment. Moment, Moment, Moment. Äh, was muss ich machen? Was muss ich machen? Ich muss, äh, ich muss die Tür aufmachen. Die Tür aufmachen. Tür aufmachen. Tür aufmachen. Tür, Tür, Tür auf! Da ist ein zweiter Zug. Ich hab noch nie einen zweiten Zug gesehen. Ach, kack, nee. Das ist der Zug, den ich jetzt fahren muss wahrscheinlich. Ich muss ja Richtung Rathaus Spandau fahren. Ach, Mann. Schade. Ich dachte, ich könnte mich jetzt da vorne hinwerfen auf die, auf die Gleise und könnte mal einen kleinen Suizid... Nee, da hockt einer. Zurück bleiben, bitte. Komm. Zeig's mir, Baby. Ja, ich hab den Zug entdeckt. Entspann dich, Harald. Es tut nicht weh. Komm. Huch. Der Fahrer ist weggebeamt. Oh, jetzt ist er wieder da. Huch. Also, Freunde der Nacht. Das ist ja wohl mal ein bisschen billig hier. Jetzt bin ich auch noch ein Hologramm hier. Ghost Whisperer oder was? Das ist ja mal schwach, ey. Schwach, schwach, schwach. Also. Ich habe das Spiel entlarvt. Es ist gar keine Simulation. Es ist nämlich nicht realistisch. Mann, ey. So, jetzt brauche ich aber hier eigentlich... Blöd. Jetzt halte ich das mit der Fahrtzeit wahrscheinlich nicht mehr ein. Dann mache ich mal noch einen Neustart, ja? Okay. Spiel laden? Nein. Beenden. Ja? Fahrt starten. Aufgabe starten. Und dann nochmal Notarzt-Einsatz. Gut. Jetzt sind wir wieder in der älteren Mühle drin. Naja. Ne, die Tür brauche ich jetzt nicht. Ich stehe ja irgendwo mitten in der Pampa. Völliger Schwachsinn. Also, wir machen erstmal wieder die ganzen Beleuchtungsdinger an hier. Jawoll. Dann machen wir hier ein bisschen... Geschwindigkeit, Voreinstellung. Die ist ja schon, oder? Ne, so. Ähm. Den Bremsschalter lösen. Wie ging das nochmal? Moment, ich muss erst wahrscheinlich nochmal... So. Wir fahren. Genau. Alter, ich habe es vergessen. Ich Idiot. Udo. Shit. Ich muss doch noch, äh... den Mist einstellen. Schaffe ich das jetzt noch schnell? Ja. So. Und hier müssen wir jetzt dann auch schon wieder anhalten. Richtig? Richtig. Und ich weiß nicht, was jetzt passiert. Aber ich halte einfach mal an. Warum der jetzt so lahmaschig fährt? Ach so, weil ich nur 15 eingestellt habe. Na toll. So. Jetzt halten wir hier mal ganz gepflegt an. Öffnen die Türe! Und lassen die Leute rein. Ziel ist Rathaus Spandau. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zurückbleiben, bitte. Türen schließen. Was jetzt passiert, wenn ich jetzt hier einfach geradeaus weiter rase? Ja. Abfahrt... Oh, Abfahrt ist erst um 7.21 Uhr. Da müssen wir noch warten. Das ist ja blöd. Also das hier ist ja eigentlich... Rudow ist ja eigentlich Endstation. Auch hier kann ich wieder nicht raus, ne? Mh, einfach zugebaut. Mh, einfach zugebaut. Na toll. Was steht hier? Der Monitor ist tot. Ja. Blöde Geschichte. Na gut. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein hier. Bin zu fett. So. Uhrzeit 18 immer noch. Hm. Also ich, ich fahre jetzt hier weiter, aber es ist ja eigentlich hier Rudow die Endstation. Und trotzdem sind noch welche eingestiegen. Fahr einfach weiter. Werden wir sehen, was passiert. Ich weiß doch auch nix. Ich mach doch einfach nur. Oh Mann ey, das dauert ewig. Ja, komm, fahr mal langsam los. Drauf gepfiffen sind noch alle eingestiegen. Da kommt wieder der andere Zug. Ähm. Das wäre es jetzt trotzdem wert. Ich muss nochmal gucken. Ob ich da das Cockpit betreten kann, dem auf die Fresse hauen und quasi seinen Arbeitsplatz an mich reißen. Ganz schön weit. So, kann ich da jetzt rein? Ich kann nicht mal einsteigen. Ach, Mann. Ah, und jetzt? Oh Gott. Shit, ich bin nicht stecken geblieben. Ich stecke! Jetzt mal ohne Mist. Irgendjemand hat mir die Beine abgehackt. Hm. So muss ich Peter Maffay fühlen, wenn er in der U-Bahn-Station steht. Irgendwie so klein, bis zur Gürtelschnalle reichend einem normalen Mitteleuropäer. Und ich muss jetzt wieder neu starten, weil ich jetzt hier nicht laufen kann mehr. Kann ich springen? Ah! Ich habe mich gerettet durch einen Sprung. Ich liebe Simulatoren. Die haben immer so lustige Effekte teilweise. Patsch! Auf den Arsch. So, jetzt, äh... Ja, jetzt ist ja auch gleich 21. Dann muss ich ja dann mal losfahren, gell? Ach, Mist. Da kann ich nicht durchgehen. Warum kann ich hier nicht normal einsteigen, wie jeder andere Fahrer auch? Das ist doch ein Schmarrn. Komm, lass mich rein. So. Ja, jetzt ist Abfahrtszeit. Mist, ich habe keinen Druck, weil ich die Tür offen hatte wahrscheinlich. Nee, Moment. Moment. So. Ja, so langsam verstehe ich das Prinzip wirklich mit dem Kack. Was man da alles anschalten muss und drehen und Zeug und Gewerch. So, jetzt, los! Ja, also. Wie gesagt, ich glaube ja eigentlich... Was schleicht denn der jetzt wieder so? Also, Leute, da ist doch was faul. Pleiten, Pech und Pannen hier! Ich kann nicht weiterfahren hier. Warum? Jetzt aber doch nochmal neu starten. Ich kotze! Nee, nicht laden. Beenden. Ja, beenden. So. Tut mir leid. Das Spiel mag mich nicht. Aufgabe starten. Notarzteinsatz. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.